Der Porsche 991 GT2 RS ist der stärkste 911, der je die Produktionshallen der Zuffenhausener verlassen hat, und aktuell außerdem auch das schnellste Serienfahrzeug auf der Nürburgring-Nordschleife. Nur 6 Uhr 47,3 Minuten benötigte Werksrennfahrer Laskern bei seiner Runde Ende September für den 20,8 Kilometer langen Eiffel-Kurs, Rekord. Der GT2 RS lässt also nicht nur den Lamborghini Huracan-Performante, sondern auch den Porsche 918-Spieler hinter sich. Wie macht Porsche das? Die Zutaten scheinen verblüffend einfach. Leichtbau, Leistung und Fahrbarkeit Als Basis hatte man die Wahl zwischen dem leichten GT3 RS und dem schweren Turbo-Seite-Beide haben konzeptbedingt ihre Vor- und Nachteile, Schließlich entschied man sich für den ohnehin recht ordentlich motorisierten Turbo-Seite insgesamt speckte der GT2 RS gegenüber der Basis um rund 115 Kilogramm ab. Ein Zentner fällt dabei allein auf den fehlenden Allrad zurück, der RS treibt nämlich nur die Hinterachse an. Außerdem sind unter anderem die Fronthaube, die vorderen Kotflügel, die Rathausentlüftungen, die hinteren Lufteinlässe und die Vollschalensitze aus Karbon gefertigt, das Dach aus Magnesium. Wer außerdem zum sogenannten Weissach-PAK-ET-Anführungszeichen greift, spart noch einmal rund 30 Kilogramm. Dabei bringt Porsche solche Spezialitäten wie ein Karbondach, Magnesiumfelgen oder einen Überrollbügel aus Titan im GT2 RS unter. Insgesamt kommt das Auto schließlich auf ein Gewicht von 1470 Kilogramm.